Die geschehen Situation ist keine Alternative. Mit einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewalt. SPIELER! Du Wichser! SPIELER! Ein Rüder der Bergwieler! Unter ein ausgerechnet Himmler! Ja natürlich auch Schienstoff dabei, was erlaubst du dir eigentlich? Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Aber mein Führer, die 12. Armee ersch... Mit welchen Kräften, mein Führer? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. The war is not lost! The war is not lost! The war will never be lost! Und ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an ihnen mästen! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Weil es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten... Much later! ... es wäre mir leichter vorzugehen. Nur dieser eine Augenblick. Also sie fahren. Gut. Much. Much later. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Stellen Sie sich vor, Frau Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse. Gezogen Sinne! Ich will Fegel einziehen! Sofort! Mir den Befehl dazugegeben. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Ich habe noch nie einen Befehl des Führers zu Nieder gehandelt. Nie! Bringen Sie mir Fegel ein! Fegel ein! Fegel ein! Fegel ein! The next day! Eine große Verantwortung liegt nur noch auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht. Seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein geschwätzter Schweinepfiff. Was hat er denn das gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Den Befehl